Die Frage, was diese Klinik besonders macht, die habe ich heute auch einigen Kollegen gestellt. Ich habe Antworten bekommen, die ich ganz spannend fand. Jemand hat mir gesagt, ich bin hier geboren, ich bin hier zu Hause. Viele haben gesagt, es ist ein Teamgeist hier, der mich erfüllt. Wir haben viele Ärzte hier, die gut vernetzt sind. Wir haben gute kollegiale Zusammenarbeit mit dem UKSH in Lübeck, mit Krankenhäusern in Hamburg. Verantwortung in dieser Klinik zu tragen, das ist für viele, die hier arbeiten, durchaus ein Thema. Einen Bereich zu haben, für den sie verantwortlich sind und dafür zu sorgen, dass es gut läuft. In so einem Krankenhaus wie unserem sind die Wege kurz. Man kennt sich, wir verlassen uns aufeinander. Etwas, was einer nicht kann, das kann der andere. Das finde ich sehr toll und herausragend an diesem Krankenhaus. Man muss nicht aus Bad Oldesloe kommen, um sich hier wohlzufühlen. Unsere Klinik ist ein Ort im Grünen, an dem jeder seinen Platz findet. Kein